Wir sind gerade mitten in der Saison. Wir sind gerade eine schwierige Phase am durchmachen. Wir haben ein paar Verletzte. Die Playoffs sind noch eine Weile weg. Bis dann sollten alle wieder fit sein. Wir trainieren jeden Abend in der Halle. In einer normalen Woche, wenn wir am Wochenende ein Spiel haben. Und zweimal jeweils Dienstag und Donnerstag im Kraftraum. Wir haben letztes Jahr das Triple geholt. Wir haben die Meisterschaft, Pokal und Supercup gewonnen. Wir haben das erreicht. Zwar hatten wir sehr gute Einzelspieler, aber auch durch eine sehr starke Teamleistung. Unsere Ziele für diese Saison sind auf jeden Fall noch den Pokal und die Meisterschaft zu zahlen. Und das können wir nur mit der Hilfe unserer Fans und durch eine starke Teamleistung erreichen. Und das geht nichtinken. Wir brauchen das letzte Saison. – Wir brauchen das letzte Saison. Und wir haben es gemenstcioniert! Aber wir brauchen die ganzen Jahre und die Menge zu dealers geben. Wir brauchen die Wol2-Armorズ beim Nachden AG undcraft sehr gute gemacht. Unfortunately, wenn wir auch ausgegeben, sind die Jahrhunderte, diese Jahre hundером alle wollen. Wir brauchen die Saison… Untertitelung des ZDF, 2020